Miat, du bleibst ein Adlerträger. Wir freuen uns, dass du unsere SGE erhalten bleibst. Wie ist dein Gefühl? Danke, ich bin auch sehr froh, dass ich hier bleibe. Meine Familie und ich auch, wir fühlen hier wie zu Hause und das ist sehr wichtig für uns. Warum hast du dich denn entschieden, den Vertrag hier zu verlängern? Ich bin sehr zufrieden hier und ich habe hier alles noch einen Schritt nach vorne zu machen und ich hoffe, dass ich weiter so besser und besser spiele.